Jungs, chill chill. Die Jungs, komm. Ja, mach einen Überfall, ja. Ja, let's go, Bro. Ich brauch Magazine. Ja, chill chill, machen wir jetzt alles. Ey. Ey, bleib Jumali. Der ist sofort da. Okay, und die anderen? Ah, Jumali. Wo sind die anderen? Jungs, die sind gerade alle daheim gegangen einfach. Ey, wei, Young Alpha, geh mal nach Hause, Lahn. Wir haben 22 Uhr. Ey. Ey. Komm, Jojo, geh mal nach Hause, komm. Wie heißt, wie ist dein Name? Äh, Sammy. Sammy? Ja. Warte mal, bist du dieser, Sammy? Ja, das ist der Sammy, der ist jetzt, äh, hat jetzt seinen Kittel gekriegt, endlich. Aber, aber, das ist, das ist, wisst ihr welcher Sammy das ist? Doch, das ist der Sammy. Nein, das ist der Sammy, der jetzt schlafen geht. Yallah, wir haben 22 Uhr. Ab nach Hause mit dir. Warum sagt ihr das, was mein, warum sagt ihr mein Sohn das, was er zu tun hat? Weil Terik Onkel ist. Nein, ist er nicht. Willst du, dass Sorgerecht, äh, Dings entfällt bei dir? Wieso? Ey, Junge muss schlafen. Was, was bist du für ein Vater, 22 Uhr vor Casino, äh? Mein Lieber. Hey, komm daher. Moin. Na, Uli. Guck mal, da ist ein Baby, da ist ein Saubernamen. Hey, Walter, hör mal. Wie bitte? Ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Hör mal, Uwe, was ist denn los hier? Ja. Kannst du mal kurz mit mir mitkommen? Ich hab eine Frage an dich. Ja. Aber ich, ich lief kurz ab. Was ist denn mit denen los, dann? Das ist ja voll Rille, Alter. Ja, ich muss mit drunter. Junkie, ja, Junkie. Junkie, Bro. Ja, Junkie. Ja, Junkie. Guck mal, da hinten ist ein Junkie. Äh, ich bin Junkie, ich bin drunter. Ey, Uwe, komm, wir machen einen Oberfall, wir nehmen dich als Geisel. Junkie, du kassierst gut Geld. Ja, du, ich muss auf Grazierung geleiten. Aber komm, 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 fix. Ja, ich muss hier zumachen. Komm, wir schenken dir Drogen und Jägermeister. Ja, Pepper Lace. Ich hab ganz viel Dio, Digger. Aha. Ganz wie Tilidin. Ich find, dass er da noch nie so drunter läuft. Nee, ich will eher... Ja, Daniel, Bro, ich... Hier und Zahnbürste auch. Haha, Zahnbürste und Zahnbürste, fixst du auch. Oh, fuck, Bro. Ey, Idioten. Das ist doch nicht schlimm, Bro. Die liegen doch jetzt einfach nur. Ach, nö, Digger. Hahaha. Ja, weiterfahren. Hier gäb's nichts zu suchen. Hallo. Wie kennt ihr die? Hallo. Hey, ach, warte mal. Lass uns stehen. Ich bin Benni. Ey, yo. Kennt ihr die Mann? Yo. Was habt ihr mit den Leuten angestellt? Die sind gestorben. Ja, und wie? Was habt ihr gemacht? Ja, das ist auch mein Sohn. Schwester, das ist Jumali und, äh... Der Kollege, pack den mal, bringt den mal bitte zum MD. Wir nehmen die mit den MD, okay? Ey Allah, wir treffen uns da. Ja, ja. Come on. Wir machen Jube. Wir erbeuten die Beute und dann ficken wir die beiden da. Nein, Bro. Die sind doch cool, die sind doch cool, die sind doch cool, man. Weißt du, was wir machen? Bro, wie kennst du das mal seit 30 Minuten, Mann? Nein, Bro, die sind cool, nein. Guck mal, scheißegal, ey. Wir ziehen die nicht ab. Ey, weißt du, was wir machen? Wir holen jetzt die Waffen raus. Wir bedrohen die alle. Die nehmen ihre Hände hoch. Wir nehmen die als Geisel mit. Nochmal, nochmal. Wir nehmen die als Geisel mit. Die zwei. Alle, die dort stehen, ja? Ja. Wie alle? Die gehören doch zu uns. Scheißegal, Bro. Ja, aber warte mal. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ich glaube, die werden uns jetzt nicht böse sein oder so. Ja, aber warte mal. Die sind doch übertragen. Die sind doch übertragen. Ja, dann holen wir uns noch Leid dazu oder so. Hol mal, hol mal ein paar. Hol mal noch eine Dame. Eine Dame und noch ein... Ja, Valentina nehme dazu. Oder die zwei. Hol mal noch zwei, komm. Leid... Warte mal. Ich bin schon... Hey, Leid und Valentina, kommt mal kurz. Leid und Valentina, kommt mal ganz kurz. Ihr flüstert alle, ja? Ja. Wir nehmen die jetzt alle als Geisel da vorne. Warte, ich geh gleich schlafen. Ja, nehmen wir dich als Geiselleid. Ja, was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen, ne? Dann krieg ich dich ab. Du Xer, geh schlafen, die alle. Es ist ein und so, ja? Ja, ja, ja. Alle waffen jetzt gleich, ja? Okay, okay, gut. Okay, das flüstert. Okay, go, go, go. Hey, nehmt mal eure... Ey, yo, put your fucking hands up, ey. Put your fucking hands up. Put your fucking hands up. Ey, yo, shoot your big hands up. Put your fucking hands up, man. Hä? Hände hoch, man. Okay, hält mir zu, hält mir zu. Ey, bro, die war noch verhashen, man. Ich packe jetzt den Wagen auf. Vertrau nicht mal deine Freunde und der Brüder, Hermann. Habt ihr verstanden? Ja, Hermann. Jaaa. Was zum Teufel, ja? Ja, Luglana. Was zum Teufel, hä? Ey, yo. Chill, chill. Time is money. Was passiert? Time is money, Hermann. Ey, yo, warte, warte, warte. Was, was fällt dir, Mann? Dein? Ich steck dein. Hey, Jungs, Mann. Wieso macht ihr das? Hey, Baki? Ist's voll? Wenn dein Leben dir was wert ist, dann hör lieber auf die Jungs. Ja, hast du ihn gehört? Meinst du grad mich, Digga? Ja, dich. Ja, mein Leben ist nichts wert, Mann. Ich bin arbeitslos. Ich hab keine Frau. Ich hab kein Geld. Du hast aber heute einen Job. Du bist sicher, Mann. Hast du's vergessen? Der Schaf bedroht mich grad hier, oder was? Hey, Baki, Bro, tut deine Sache rein, Bro. Ja, ja. Wie fährt ihr mit meinem Auto hier? Wer hat ihnen den scheiß führerschen gegeben? Oje, oje. Mein Eimunds Auto da. Warum hat meine Schwester den nicht abgeriegelt? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wir sind richtig? Ich hab's raus. Pass auf die Geisel noch. Ja, Allah. Diese ist Kette, die gehört mir. Ja, natürlich, mein Lieber. Auf Luciano oder was? Ja, genau richtig so. Ich will diesen Urbin haben. Ey. Was? No, Rodana, mein Hase. Welche Ohrringe willst du? Ja, welch aber, welch? Oha, Smoke, hörst du nur eine Zahne, mein Hase. Valentina, mein Hase. Welche Oren hier willst du? Die teuersten. Die teuersten haben nun kein Problem. Kein Problem. Schmali, pack mal ein paar Oren hier für Valentina an. Natürlich. Sag, dass die von mir sind. Und Ringe will ich auch. Klar, klar, klar. Die haben hier was anderes gemacht, oder? Ja, das ist gut, Alter. Ja, natürlich. Okay, da ist sie. Boah, Tyreek, danke für 100.000, Alter. Soll ich die Kette kaufen? Ja, Bruder, mach mal. Ich dachte, ihr kauft mir eine Chain. Bruder, die kaufe ich ein Capri, so. Ruhe, Ruhe, bleiben wir da in der Ecke. Chill, 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 damn. Mach doch mal so eine Eis-O-Wohli, Kerl. Ja, natürlich. Du musst mich anziehen. Was ist los mit dem Jungen? Ajo, shit. So. Mir ist irgendwie schwindelig, Bro. Bucky, Bro, mir ist schwindelig, Omi. Nur meine Tablette, Mann. Jungs, warte, ich verhört. Warte, ich verhört. Wir haben zwei Geiseln. Jumali. Jungs, keine Polizisten. Super, so muss das sein. Sollen wir den Laden auch noch leer machen im Europarisch? Ja, jalla, bis die Cops kommen. Okay, komm. Steck deine nächste Route. Komm mit, Jungs. Habibi, wir werden hier rausgehen. Ey, die Polizei ist da draußen. Lass sich, der geht wieder rein. Geht wieder rein. Lass doch abziehen, lass doch abziehen, ja? Lass doch weggehen. Lass weggehen, schnell. Ey, Geiseln, alle rauskommen. Geiseln, alle raus, Geiseln. Geiseln. Alle raus, Lori, komm. Alle raus hier. Haben wir die Autos? Jalla. Komm rein hier. Jalla, steig ein Lori. Aha, direkt G-Klasse, ne? Nur das Beste vom Beste, ne? Komm, Jungs, fahrt los. Aber was ist für die Polizistin hier? Ab zum Europarisch. Jungs, ich schaue Kopfschmerzen. Hey, yo. Hey, yo. Aber sind wir grad bei Interstellar oder was? Was hier passiert? In welcher Dimension sind wir geflogen, Alter? Wer ist dafür, dass ich auch streamen? Wer ist dafür, dass Kami ein Setup kauft? Sieben in den Chat. Wer ist dafür, dass Kami ein Setup kauft? Nein, will ich nicht. Zieh rein. Wer ist dafür, dass Kami auch was kauft? So ein Setup, dass ich auch spiele. Wallah, ich liege immer zu Hause im Bett und will auch so spielen. GTA. Sind die Stimme, lustiger Marokkaner. Wer ist dafür eins in den Chat? Sieben in den Chat. Sieben in den Chat, das kann mir was kauft. Das ist doch nicht teuer, Wallah. Sagt ihm das mal. Wallah, sag ihm das mal. Wallah, sag ihm das mal. Wallah, wie viele Siebener. Ja, ja, siehe doch mal. Bitte, ja. Bitte. Ich will auch spielen. Ich will aus einer Bedingung. Guck mal, boah, wie viele Siebener. Wallah, nur noch Siebener im Chat, ja? Ich will aus einer Bedingung. Ja, was ist mein Bruder jetzt? Ich will. Ich stell dir auch alles ein. Ganzes Spiel. Der will mein Geld. Der will meine Einnahmen. Deine Donations. Deine Abonnements. Ein Leben. Zwei Jahre gehört mir. Zwei Jahre? Ich war gerade mit dem Vertrag gelaufen. Wie lange? Chad, was sagt dir, was das für eine korrekte Zeit ist? Ich hol dir ein Setup von 3.000 Euro. Ich zahl das ab mit meinen Donations. Nein. Du machst ein Jahresvertrag. In diesem Jahr zur Zeit. Ich hab dich gesehen. Der will sein Bruder, der will mit seinem Bruder Verträge machen. Sein wahren Bruder wieder Verträge machen. Der will mich zerstören. Aber ich... Bruder. Entweder... Einer schreibt Tom geisterlich. Entweder nach einem Jahr was haben oder nichts haben. Ich schenk dir noch Setup. Drei Mille. Kamera, das, Stream, alles. Mach das, Bruder. Ein Jahr. Guck mich wieder. Machen wir ein Jahr. Ich geh doch sogar Minus. Ich mach dann so ein Bild. Kasum, komm jetzt bist du mein Manager. Mach doch so ein Bild. So ein Ding Setup hab ich schon. Da steht ja WTV und so. Warte. Sonst ich kriegst du auch. Wenn dann will ich alles heiße... Ojo. Immerhin. Wenn dann will ich alles nur heiße Zeit. So ein Bild mach ich dann. Mach doch ein Bild. Mutter kommentiert haben. Mein Sohn. Mein Sohn hat das recht. Ich will Setup und ich will doch... Ich will doch das hier haben. Ich will jetzt mal... Ich will jetzt mal... Ich will jetzt mal... Wenn ihr jetzt live geht... Sagen... Hol Abdel ein Setup. Wir wollen Abdel auch streamen sehen. Und danach müsste Kasum auch... Für mich und Kasum. Wir wollen beide ein Setup haben. Wir wollen spielen. Ich will doch auch mit euch GTA spielen. Lachen und so. Ich will, dass ihr mich hostet, dass ihr zu mir rüber kommt. Dann spiele ich mit euch. Hör mal mit dem Handy gucken. Ich will das für dich zu Hause auch, Jens. Wenn ich das mache, ne. Wallaha billah. Skandal in der Familie. Die denken Safi. Offiziell. Die müssen irgendwas tun. Die müssen Hoja rufen. Abdel. Ja, ich würde sehr gerne mit allem anfangen. Aber ich habe leider kein Setup, ja. Ich habe gar nichts zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie man das alles macht, Leute. Schade, ja. Schade. Machen wir so traurige Videos. Schreibt das mal zusammen. Macht das bei TikTok ein. Ich wünsche mir so gerne. Ich bin so lustig und ich will das machen alles. Die Leute schreiben, die wollen Kanjavi seinen Track sein. Warum hast du denn eigentlich dein Lied gezeigt? Hä, wir beide haben noch... Zeig eins. Nein, nein, nein. Wir beide hatten noch ein Feature. Was ist mit diesem Lied? Bruder, zeig eins von dir. Mit S-Klasse. Aber wir S-Klasse, aber... Warte, ich weiß nicht mehr. Warte, 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 warte. Am Lachen. Hör auf, Bruder. Hör auf, Bruder. Hör auf, Bruder. Hör auf, Bruder. Es geht nicht mal. Vielleicht geht das gleich an oder so. Ey, was habe ich bekommen? Donation. Hör mal fest auf eine Handel. Hör mal fest auf eine Handel. Was habe ich hier für eine Donation bekommen? Wallah, Billah, wer ist da denn? Hör mal auf mit der Kacke. Hör mal auf mit der Sche... Ah ara... outside your hearts. Hör mal auf mit der Hör bau... Hör mal fest auf halt. Wollah hat wehgetan ein bisschen, alter. Wallah, ich mach keine Show, ich schwör auf Koran. Musst du bei deinem Bruder machen als Rache oder sag ich einfach, das ist egal? Ich muss auf jeden Fall zwei, dreimal mitgenommen werden. Guck mal. Ah, warte nochmal kurz. Der sagt, ey, der sagt, ah, ich hab dich nicht einmal berührt. Musst du bei deinem Bruder machen als Rache? Nein, muss ich nicht. Wallah, was Blute? Willst du mich verarschen? Wallah, so heftig war das? Wallah, guck mal hier. Wallah, ist von mir? Von wem denn sonst wo? Wallah, wille. Wie kann das denn bluten? Meine ganze Hand hat Stromschlag reinbekommen. Okay. Ah, warte doch. Hör auf damit, ich krieg Angst, die Paranoia. Wallah, wille, ich weiß, was du einen Stromschlag reinbekommen hast. Okay, komm, wie ein Mann, komm. Warte, warte, warte. Wenn ich jetzt sage, dann jetzt wie ein Mann, ja? Mach nicht. Ah, hat weh getan? Nein. Den hab ich nicht getroffen. Den hab ich nicht getroffen. Den hab ich leider nicht getroffen. Mach wie ein Mann. Ja, warte. Warte doch, hör auf damit. Warte doch. Warte doch, ey Bruder. Nicht diese. Ah, ich schwöre auf Koran. Hörst du den? Ich schwöre auf Koran. Aber das ist richtig krass. Ich schwöre auf Koran. Richtig krass. Ich schwöre auf Koran. Willst du mich verarschen? Wallah, billah, ey. Ey, der ist behindert. Der ist behindert. Der ist behindert. Komm mal ganz kurz näher. Ich schwöre auf Koran. Hör auf. Amel. Nicht machen, das machen. Nicht machen. Wallah, du hast mich verletzt. Ich schwöre auf Koran, du hast mich verletzt. Mach nicht nochmal. built parce schütci. Allow! Ich schwöre auf Koran. Es ist kein Kör guter since. Ich schwöre nach unten. Ich schwöre. Ich schwöre aufikan倒. Wenn du die Touchaba weg问 ... ... ... Reste, ja.